ja moin hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren folge von among us ja heute werden wir auch mal in einem poster runde haben die etwas als sie verzehrt aber viel spaß mit dem video das wäre eine lüge alter schon wieder crewmate hier muss ich jetzt was downloaden wieder am weißen gesehen das schnell die daten abladen und dann kum 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 so gut abgebrochen ich hatte da diesen download ich bin davon mit bei nach oben unten bin in dings rein nach rechts zu security da kam david mir hinterher ja noch mal ein stück runter gelaufen david ist aber nach links nach reaktor rein ja bin dann wieder umgedreht wollte wieder noch mal richtung camps ja habe noch geguckt ob david noch in dings zu nissen auf einmal lag seine leiche da ja okay weil sonst auch jemand in der nähe ja zum schluss kam halt nur noch halt und und jannik das habe ich dann ist damit wie weggeleckt bei mir ja dann bin ich hochgelaufen in der reaktor war ich dann und hat und dann stand mir direkt davor seiner leiche sah komisch aus ja da habe ich dir auch reportet ja also es geht davon aus dass es vielleicht ein safe report war ich gehe davon aus dass es hält und ich habe direkt davor gesehen ja weißt du was sie ist passiert auch vor der leiche stehen um die zu reporten ich kann jetzt ja die schwarze leiche wurde reportet richtig genau grün ja aber wer ist nikita im disco die heißt ja so hier ok was hast du gerade gemacht am ende wo bist du gerade kabel verbunden ganz rechts weil ich ja dass john und du die ganze zeit zusammen wir waren absolut nicht die ganze zeit zusammen aufpassen wir waren das dann die ganze zeit zusammen ich hoffe ich bin ich irgendwie irgendwen hatte ich mir nämlich gemerkt aber ja scheinbar nicht so gut ok ja 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 da habe ich kurz eine sache sagen da habe ich kurz eine sache sagen ja ich habe gerade scheining wänden sehen okay scheining ist es wahrscheinlich ist hier im poster hoch ich kann nicht im poster sein ich habe aber auch immer so was ich habe sowas echt pech aber du musst ja wer ist es eigentlich schade schnauze 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ja, Moin. Ich denke, ich glaube nicht, dass wir jetzt gleich eh die Reiche finden werden. So, Mikko wird eng für dich. Wieso? Was denn? Wo liegt die? Erstmal, wo liegt überhaupt die Leiche? Die Leiche liegt im Gang von Lower Engine zu Upper Land Engine. Genau. Im Mittelgang. Wo warst du? Ich war gerade ein Admin in den Upload machen. All die Kita hat allerdings rausgeworfen. Ja, aber das ist halt das Ganze eigentlich darin. Ich hab ja gesehen. 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 Ich hab ja auch gesehen. Das stimmt. Also wir drei. Ja, ich muss Mirko sein. Wir werden von mir raus. Ich bin die Kita. Ja, okay, ihr könnt mich mit Liebe wählen nach dem Mirko raus. Mit Liebe. Mit Liebe. Das ist ja safe, weil der Ding rausbringt. Für mir kostenlos ist, mehr bleibt nicht übrig. Nur, dass wir also für wen jetzt von mir kommt. Ja, aus der Tür kamen von oben und hat ihn umgebracht, hat die Türen zu gemacht. Und dann, also wie gesagt, ich würde eher die Jürgen als ein Kita bauen, aber erst mal mir gucken. Aber erst mal sehen wir mir gute Nachkommen. Und dann war mit mir im Camp. Ich hab mal so Palka war mit mir im Camp. Ich bin dann runtergegangen, als die Lights aufgegangen sind. Er ist da mir bis zum bestimmten Weg gefolgt. Palka, du bist schon Lutz, oder weißt du das? Palka, ich hab's zumindest noch versucht, dir irgendwie da Zeit zu verschaffen. Ja, jo, du, 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 Simon, selbst. Warten, Bruder, Mörder, ey. Ich hab's ja nicht die Tür sabotiert. Ich wollte euch davon abweichen, die Leiche zu finden. Tschüss. Ich bat. Da, da, da. Jetzt bin ich beim Poster, weil, ja, ich war es. Danke, dass ich wenigstens den Donut zu Ende machen durfte. Wohl. Mirko? Ja, was denn? Bist du lange dran? Ich bin von Cafeteria runter nach Admin, hab die Karte geswiped, bin dann wieder nach oben, hab Cafeteria hier Garbage gemacht und wollte jetzt gerade runter Storage Garbage machen. Wer war gerade noch am Ende in Admin? Ich hatte da den Download, ich war gerade bei 100%, ich weiß nicht mehr, ob es gewertet wird. Von wo kamst du? Ich kam von oben aus der Cafeteria, hatte da das einmal gedownloadet, bin dann zu Admin, da wurde ich es dann wieder uploaden und dann wurde reported, genau als ich bei 100% war. Hast du Mirko gesehen? Wolf war auch die ganze Zeit bei mir. Ja, aber ich hab mir gründlich, also ich weiß nicht, ich hab mich drauf geachtet. Du bist ja von Weapons durch Cafeteria und dann runter nach Admin und als du von Weapons kamst, bin ich gerade hoch zu Garbage. Also Rayleigh, Arjo, Fairwebs, ich scheine, kannst du das bestätigen? Scheine, kannst du das bestätigen, dass du Palkia gesehen hast mit Wolf zusammen? Ich habe Wolf auf jeden Fall die ganze Zeit gesehen, auf Palkia habe ich nicht geachtet. Also ist jemand entgegengekommen? Ah, Cafeteria. Also, Cafeteria. Hab ich sowieso nur Zeit gesehen und schreibe nicht, ich kann mir bei mir auf Trackify bei Admin gesehen. Wo liegen? Aber bedenken, ich hatte auch diesen doch noch den halben Bildschirm verdeckt. Ja, also, da haben wir laufen durch. Also, Skippen. Ja, ich bin für Skippen. Also, also, es kann schon sein, bis wir kommen entgegen können. Also, einfach mir kommentiert. Aber ich war anhalten. Ja, wahrscheinlich schon wieder mich. Ja, du. Ich werde zweimal weiter sein können. Ja, und das war ja auch ein drittes Mal sein. Ja, ne, wieso? Ja, und ich verfluche auf jeden Fall dem, äh, der gewartet und, äh, also, wenn ich irgendwas voting gestattet habe, wenn das jetzt nicht gewertet wurde. Okay, aus Glück. Ja. Äh, für die, die am Ende gerade noch geredet haben, möchte ich nochmal ganz kurz dazu sagen, dass es, äh, nicht okay ist. Sorry. Gott, schon mal. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020